Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space und ich will nicht mit dem Monster kämpfen, das ist so scheiße. Hm, naja, ja, für diejenigen, die es nicht wissen, wir müssen zu einer Station oder so, genau, ein Serum, ein Gegenmittel erstellen und so ein unbesiegbares Monster jagt uns und unzählige andere Monster auch. Und wir haben kaum Gesundheit, haben auch kaum ein kleines Medi-Pack haben, ansonsten haben wir nur Stase-Packs, die, äh, ja... Oh, wir haben einen Knoten. Hm, kann man nicht irgendwie die Karte... Ah, ja, das wollte ich wissen. So, Werkbahn. Ich brauche eine Werkbahn. Ähm, wo müsste ich denn da hin? Ich müsste dann da rein. Oh, nö. Wo haben wir nicht noch? Ja. Speicherpunkte, eine Werkbahn. Weil wir müssen uns wirklich, äh, verstärken, weil wir kommen da irgendwie nicht durch. Ich würde am liebsten die Gesundheit meines, ähm, Anzugs stärken. Haben wir nicht irgendwas gefunden im letzten Part, was... Wir gucken erst mal nach. Ich weiß, ich drück mich ein bisschen, aber... Hilft mir! Und wir haben auch nichts zum... Wir könnten die Stase-Packs 2.000, 5.000, 7.500... Wir müssen Anzug Level jetzt weiter... Inventar, Slots und Panzerrahmen. Das wäre auch schön, aber... Plasma Cutter... Achso, den Affen können wir auch vollkommen. Das wäre 9000. Und ein Stase-Pack. Ähm, ja. Wollte ich machen? Ich gucke mal. Aber wir... Ganz ehrlich, wir benutzen nur die und die. Diese Waffe ist unnütz und diese Waffe, die Laser-Kanone und die Strahlen-Kanone, die sind so unnütz, die braucht kein Mensch. Also, die sind auch ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm... Oh, falsch. Ich drücke hier wieder Welt herum, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. So, also, wir machen es jetzt einfach so. Ich verkaufe jetzt einfach... Die... Also, Plasma Cutter im Pulsgewehr behalten wir. Und Strahlen-Kanone und Laser-Kanone verkaufen wir. Ja. So. Und dann will ich noch alle Stase-Packs verkaufen, weil ich brauche die nicht. Immer wenn ich Stase brauche, dann ist auch eine Ladestation vorhanden. Und... Wir brauchen Medi-Packs, möge. Und außerdem haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, so. Habe ich den bereits an? Kann ich noch was verkaufen? Vielleicht können wir ja 3, Strahlmodition, Plasma-Energie, Laser-Kanone bräuchten wir zum Beispiel nicht. So. Na gut, ich glaube wir haben voll Dampf, aber dann mache ich, gebe ich das lieber für 2 Knoten aus. Ich lege 2 Knoten ein. Äh, Medipack? Warum sind die so teuer? Ich hasse euch. Könnt ihr keinen Mengenrabatt oder so mir ausstellen? Okay, wo war nochmal, ähm, die Werkbank? Einmal den Gang herunter und, äh, mir kommt irgendein scheiß Viech hingegen. Ich knall dich ab. Hm. Ja, ich gehe jetzt auch mal zurück. Ich weiß nicht, ob aliens wieder zurückkommen. Ich hab's, bin bisher noch nie einen Weg zurückgegangen. Außer ich war mit einer Mission durch. Und... Das, äh, klappt hervorragend. Haben wir noch im Inventar alles? Oh Gott. Ach so, da steht ja auch Anzug. Level 3, Luftpanzerung, bäh. Das ist... Nicht gerade sehr hilfreich. Okay, ähm... Ja, was können wir eigentlich noch tun? Ja, wir versuchen's jetzt noch einmal, weil ich wollte noch etwas ausprobieren. Da ist mir nämlich ne Idee gekommen. Ich renne ja immer gleich einfach rum und, ähm, sterbe ja immer sofort, wie ihr ja seht. Ich beende diesen Part, so lange nicht ich weiter will. Haben wir hier irgendwas übersehen? Wobei, ich verliere es eh wieder, wenn ich, äh... Okay, keine Mutti... Was wollte ich denn noch mal ausprobieren? Ach ja. Okay, gut. Hm. Hm. Die Inventarhaltung. Schade, dass es hier keine, äh, Bank gibt, wo man... So wie bei Stase, sich man einfach aufladen kann. Gibt's hier noch irgendwo ein Paket, was ich benutzen kann? Hm. Na gut, dann gehen wir in den Shop und gucken nach was anderem. Hm. Was könnten wir denn uns noch kaufen? Also, Anzüge haben wir, ich hätte vorher gucken müssen, das war doof. Ähm. Stase-Pack brauchen wir nicht. Energie-Knoten. Äh, haben wir ehrlich gesagt auch keine Chance. Und, äh, haben wir uns... ...Medi-Packs. Viele Midi-Packs würden helfen und, ähm... ...da... ...verkauft ihr einfach mal. So. Laser-Kanone. ...Stase. 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 So. Jetzt haben wir 17.000 Kuppers. Und wir kaufen uns... ...Medi-Packs. So. So. Jetzt haben wir 17.000 Kuppers. Und wir kaufen uns... ...Medi-Packs. Was machen. So. Ja. Ich hätte vielleicht, äh... ...das manuell machen müssen. Der Manu. Der Manuele. So. 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 Okay. Jetzt gucke ich mir an... ...wo... Sollen wir tatsächlich... ...den Kampf... So. Was ist denn da wirklich? Ich bin wirklich. Warum ist der immer direkt hinter mir? Ich scheiß mal auf die Credits. Ähm... Kannst du mir den Blessing ausmachen? Alter! Ver-piss dich mal! Alter, wo kommst du her? Hallo? Wer wollte sich denn aufraben? Zeit endlich mal deine Klappe! Der will aber auch nicht rennen! Hehehehe! Okay, es lief gut. Es lief gut, ich hätte meine Medi-Packs... Jetzt reicht es, warte mal. Das lief gut. Wir wissen, wie wir jetzt weiterkommen, aber ich muss die Medi-Packs anders einsetzen. Und die speichern jetzt gleich auch. So, also. Plastik. Nein. Weg damit! Weg damit! Stase-Packs! Weg! Energie, Laser-Kanone weg, haben wir noch einen mehr? Äh, Strahlen, Munition, Strahlen, Plasma-Cutter, Impuls-Gewehr. Ich weiß jetzt nicht, für was... Plasma-Energie ist ja... Munition für... Ah, aha, die kann ich auch weg. Da ich keine Strahlen-Kanone mehr habe. So, jetzt haben wir... So, bevor wir uns... Ach, wir kaufen uns jetzt die Medi-Packs anders. Was soll der Reiz? So, ähm... Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. So, das war's. Und ich benutze gleich... Wo war ich? Ein Medi-Pack-Mittel. Und ein... Kleines Medi-Pack. So. Das... Speichern wir jetzt ab. La-la-la... So, was ist, ähm... Ich glaub, das müssen wir wieder nehmen. Ich muss mir mal aufschreiben, welche Speicherplätze... Nun gut, das scheint egal zu sein. Ist mir scheißegal. Wir haben eh noch nicht so viel geschafft, deswegen wär's nicht schlimm, wenn irgendwie... Wenn ich die Aufnahme nochmal neu machen würde. Außer, ich wär so doof... Und speichere, bevor ich nicht nachgeguckt hätte. Und es passiert wieder was. So, also. Wir sehen ja. Ähm... Wenn wir reinkommen... Wir kommen jetzt rein. Ich sagte, wir gehen rein. Ich weiß, du hast Schiss. Es ist alles... Off. Keine Chance. Okay. Ähm... Warte mal. Das mit den Luftkanister... Kannst du auch nicht auf Leute? Okay. Ich will keine Eins-gegen-eins-Kämpfer haben. Warum ist denn der so sch... Ich weiß nicht, was das ist. Ähm... Ich scheiße auf Credits. Spuchse wieder gegen mich. Jetzt kommt Iggy an und will mich verprügeln. Eing-eins-Kämpfer wieder... Alter, 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 alter. Alter. Wir brauchen schon ein bisschen mehr. Alter, lass mich doch mal nicht. Ich weh' mal... Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich hab das Schloss jetzt überwohnt. Los! Achso! Achso!